Wir spielen Super Toast Card Ich zeige euch hier die Addon Cards Ich habe ja das Card vom Yeti ein bisschen kritisiert Schau mal wie es jetzt aussieht Yeti haben wir hier Was gibt's Neues? So Wir haben wieder einen Zen Garden, aber diesmal rückwärts Oder? Ja, aber diesmal rückwärts, passt schon Okay, mal schauen, ob mir was Neues auffällt Wenn euch was auffällt, dann haut es gerne in die Kommentare Mir wirkt das Card irgendwie ein bisschen smoother irgendwie Aber ich bin noch nicht sicher, was jetzt der große Unterschied ist Wenn euch jetzt so schaue Ist er trotzdem noch derselbe Ich bin mir da echt gesagt nicht sicher, was der Unterschied ist War dieses Gerät hinten drin schon? War das schon da? Das bin ich mir jetzt gar nicht sicher Ich würde sagen, wir können dann gleich mal in mein Video danach reinschauen Also ich mache jetzt erstmal diese zwei Runden noch fertig Und dann schauen wir kurz in mein Video rein Und schauen, was da ungefähr geändert wurde optisch Profadischen merke ich jetzt nichts Also minimal vielleicht, dass es ein bisschen besser wurde Aber ich merke jetzt nicht den heftigen Unterschied Und wenn du zuschaust, Cardolm, dann sagst gerne Bescheid, was du geändert hast Das wäre nice zu wissen auf jeden Fall So So So, die Animation ist dieselbe Dann schauen wir einfach mal kurz Und schauen wir einfach mal kurz nach Mir fällt jetzt eigentlich quasi kein Unterschied auf Wenn euch einer auffällt, dann sagt mir gerne Bescheid Mir fällt jetzt quasi echt keiner auf Vielleicht habe ich auch irgendwie was übersehen Kann natürlich sein Aber wir können es gerne in den Kommentaren dann klären So Schauen wir nochmal in die Strecke an Richtung Klar, kommen, tue ich mit dem aber schon Komm, Basketball, da höre ich den nur so Ich wollte eigentlich gerade irgendwas anders einsetzen Oh, das habe ich kein Item Aber ein Schirm Mensch Zwei Muffins sind nice Kein Muffin für Nachwelt Muffin für Basketball Machen wir es so Okay Ich weiß nicht, was ich neu gemacht habe Ich weiß nicht, was ich neu gemacht habe Ich weiß, dass der Boden neu Also es sieht unten Das Card sieht anders aus Aber da müsste ich erstmal hochfliegen Ich weiß nicht, was ich neu gemacht habe Könnte ich kurz warten, bis ich hochfliege Dann sehe ich das jetzt gleich Ja Ich würde bei der Wertung bleiben Ich habe ja gleich zwei Sterne gegeben Mir ist so gesehen nichts noches aufgefallen Ja Wenn euch was auffällt, gefallen ist Oder ihr was wisst, was geändert worden ist Dann schreibt es gerne in die Kommentare Dann kann ich darauf nochmal eingehen Gut Gehen wir Oder checken wir die Wertung einfach nochmal ab Würde ich sagen Wenn wir jetzt hier nochmal auf Den Yeti gehen Haben wir die zwei Sterne gegeben Ja Okay Ich glaube, die eine Version hatten wir gar nicht Vom ersten dritten Ich weiß nicht, was es in der Version verändert wurde Aber okay Ich würde sagen, das war es dann Von dieser Folge von Wir schauen jetzt noch, was Also welches Kart wir In der nächsten Folge dran bekommen In der nächsten Folge Gibt es das Kart SuperTux Kart mit C Ja Dieser Eikoswagen Nices Kart auf jeden Fall Dank fürs Anstehen Ciao Euer Zegaflik Tschüss guard 해� Hi rhinoc Hяжu 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 Bis zum nächsten Mal.